Hallo Internet und willkommen bei einer neuen Episode von geblockt. Heute wieder mit Contest, der Rubrik vor drei Cosplayer gegeneinander antreten, um einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro bei mycostumes.de zu gewinnen. Aber bevor wir zum neuen Wettbewerb kommen, wollen wir natürlich den alten erstmal auflösen. Hier seht ihr nochmal die drei Teilnehmer. Und gewonnen hat... Nin-Chan. Herzlichen Glückwunsch und der Gutschein ist auf dem Weg zu dir. Aber nun zum neuen Contest. Und diesen Monat geht es um Magical Girls. Nicht nur, weil der Monat für mich sehr magisch ist, sondern weil auch niemand in der Lage dazu ist, Frauen zu verstehen. Ihr wisst schon. Oder wir sagen einfach, sie sind sehr... Benzaubernd. Als erste Teilnehmerin haben wir Anchi. Sie tritt an als Assist im Churon-Set aus Fly for Fun. Buster, 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 Buster. Als nächstes haben wir Mimi als Yui aus Angel Beats. Und als letzte Teilnehmerin haben wir Toma. Und Kistenfee sehen und teile als Sakura aus Tsubasa Reservoir Chronicles. So, das sind also die drei. Und jetzt liegt es wieder ganz an euch, denn ihr habt jetzt wie immer die Möglichkeit euren Favoriten zu wählen. Dazu müsst ihr nichts weiter tun, als den hier abgebildeten Nickname eures Favoriten als Kommentar unter dieses Video zu schreiben. Am 7. März ermittle ich dann den Gewinner und irgendjemand wird sich dann sicherlich freuen. Wenn ihr auch teilnehmen wollt, findet ihr alle wichtigen Infos hier und in der Infobox. Wie immer halt. Und jetzt gleich ist das Video aber Ende, weil ich ausdrücke. Und deswegen sage ich, ihr werdet jetzt geblockt. Es hat mich gefreut, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Bleibt mir treu. Votet jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.